Stephen King ist der Meister des Horrors, das ist klar. In seinen unzähligen Werken hat er es immer wieder geschafft, uns das Blut in den Adern regelrecht gefrieren zu lassen. Und einer seiner wirklich guten Klassiker ist Cujo aus dem Jahre 1981. Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tipp. Der Automechaniker Joe Cambers lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in einem abgelegenen Haus am Stadtrand. Zur Familie gehört auch der liebenswürdige Bernhardina Cujo, der gerne mal mit Kindern spielt. So auch mit dem kleinen Ted, der zusammen mit seinem Vater Vic die Werkstatt von Cambers besucht. Kurz bevor sie gingen, hob Brett, so hieß Cambers Sohn, Ted sogar auf Cujos Rücken und hielt ihn fest, während Cujo brav auf dem Vorhof hin und her trottete. Als er vorbeilief, sah Vic die Augen des Hundes. Und Vic hätte schwören können, dass er lachte. Eines Tages trifft Cujo bei der Jagd nach einem Kaninchen auf einen Schwarm Fledermäuse und bekommt Angst. Er bellte noch lauter und schnappte nach den Dingern, die pfeifend um seinen Kopf herum flatterten. Er erwischte eine der schwarzbraunen Schwingen und biss zu. Die dünnen Knochen knackten. Die Fledermaus wehrte sich mit Krallen und Zähnen und riss die Haut an der empfindlichen Schnauze des Hundes auf. Das hat fatale Folgen für Cujo, denn die tollwütige Fledermaus hat ihn bei ihrem verzweifelten Kampf mit dem teuflischen Virus angesteckt. Der eigentlich so liebe Hund beginnt sich zu verändern und wird plötzlich zum eiskalten Killer. Joe ging rückwärts zur Hintertür. Seine Füße stießen gegen einen Küchenstuhl und er riss die Arme hoch. Cujo ließ ihm keine Zeit, das Gleichgewicht wieder zu gewinnen. Er stürzte sich auf ihn, eine blutbesudelte Mordmaschine und der Schaum flog ihm aus dem Maul nach hinten. Er verströmte grünen Modergestank. »Oh mein Gott, lass mich los!«, kreischte Joe Camber. Er dachte an Gary. Schützend hielt er sich eine Hand vor die Kehle und versuchte mit der anderen Cujo abzuwehren. Cujo ließ kurz von ihm ab, das Maul wie zu einem humorlosen Grinsen verzerrt. Er fletschte die spitzen gelben Zähne, dann griff er wieder an. Innerhalb eines Tages tötet Cujo seinen Besitzer Joe und dessen Nachbarn Gary. Und dann bleiben auch noch Ted und seine Mutter mit ihrem defekten Wagen auf dem Anwesen der Cambers liegen. Ein gefundenes Fressen für das Monster. Sie sah Cujo heranjagen, die Muskeln zum Sprung gespannt und mit diesem Sprung würden seine 200 Pfund direkt auf ihrem Schoß landen. Mit beiden Händen schlug sie die Tür zu und drückte dabei mit der Schulter auf die Hupe. Sie hatte es gerade noch geschafft. Sekundenbruchteile, nachdem sie die Tür zugeschlagen hatte, gab es einen schweren Aufprall, als hätte jemand mit einem dicken Stück Holz gegen das Blech geschlagen. Der Horrorklassiker Cujo von Stephen King ist jetzt ab sofort bei Audible als Hörbuch verfügbar. sondern das dann bei Audible sagen cache auf neveren smile. Untertitelung des ZDF, 2020